Servus Jungs. Zuerst einmal natürlich die Frage, wie ist die Lage bei euch? Wie geht es euch? Ja, die Lage ist natürlich zwar gut, den Umständen entsprechend, aber sie könnte natürlich besser sein. Aufgrund von positiven Corona-Fällen bei der Nationalmannschaft sitzen wir jetzt leider in Quarantäne. Positiv für uns ist, dass wir jeweils negativ getestet wurden. Sowohl Marcel als auch ich wurden am Dienstag und am vergangenen Freitag negativ aufs Coronavirus getestet. Ist für uns persönlich natürlich schon mal extrem wichtig. Und jetzt geht es einfach darum, mit dem Gesundheitsamt eine Entscheidung zu fällen, wie lange wir noch in Quarantäne bleiben müssen. Und ab wann wir dann theoretisch vielleicht mal wieder vor die Türe gehen dürfen. Die Lage ist ganz gut. Ich bin froh, dass wir natürlich jetzt zweimal negativ getestet wurden. Und dass es eigentlich schon ziemlich wahrscheinlich ist, dass wir es nicht haben. Aber klar muss man jetzt erstmal noch den Montag abwarten. Aber das war natürlich für meine Familie wichtig, für mich wichtig. Einfach, weil man den Virus nicht einschätzen kann. Jetzt ist halt wieder Hometraining angesagt. Meine zweite Quarantäne und ich sage so, es macht keinen Spaß. Lass mal von vorne anfangen. Also ihr habt mit der Nationalmannschaft gespielt. Ihr hattet einen Lehrgang, dann zweimal EM-Quali gespielt. Das letzte Spiel war dann in Estland. Und dann seid ihr quasi in Estland eingereist, direkt wieder ausgereist. Und am nächsten Tag gab es dann den ersten positiven Test. Seit wann genau seid ihr jetzt in Quarantäne? Seit Montagmittag, wir sind einen Tag früher nach Estland. Wir waren Samstag in Estland, weil die uns darauf beharrt haben, weil die uns dort nochmal testen wollten. Da waren auch alle Test negativ. Dann waren wir so lange in Quarantäne, bis die Ergebnisse kamen. Und sind dann eigentlich mittags zum Spiel und dann direkt zurück. Also hatten wir dort keinen Kontakt. Aber ja, das mit Jogi war halt mit der Rückreise und der war dann positiv. Deswegen sind wir seit Montagvormittag in Quarantäne. Basti, wie geht es euch damit? Also generell ist da natürlich wahrscheinlich nicht so viel zu tun. Aber wie bringt ihr die Zeit rum? Wer versorgt euch? Habt ihr überhaupt was zu tun? Ja gut, vor so einem Länderspiel-Lehrgang, beziehungsweise vor einem Lehrgang allgemein, schaue ich immer, dass ich daheim meinen Kühlschrank leer mache. Und aufgrund von meinem leerten Kühlschrank bin ich dann natürlich am Montag so oder so gleich einkaufen gegangen. Und hab dann natürlich einfach mal einen Wocheneinkauf getätigt. Und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich froh, dass ich so einen großen Einkauf getätigt habe. Weil ich habe jetzt zum Beispiel nicht wie Marcel die Möglichkeit, meine Frau zum Einkaufen schicken zu gehen. Ich bin da jetzt natürlich auch auf Hilfe von anderen angewiesen. Weil ich, wie gesagt, nicht aus meiner Wohnung darf. Und hatte da dann bis jetzt auch schon Hilfe vom Till oder vom Aki, die mir da schon eine Kleinigkeit abgenommen haben, beziehungsweise besorgt haben. Aber ansonsten, ja, haben wir natürlich nicht auch viel zu tun. Wir sitzen daheim fest, haben Gott sei Dank über den Sebastian und über Frischauf relativ schnell ein paar Gewichte bekommen und ein Spinnyrad, mit dem wir jetzt daheim in Quarantäne arbeiten können. Und das ist eigentlich so das hauptsächliche Ding, was wir machen, um einfach fit zu bleiben und dann nächste Woche hoffentlich wieder mit der Mannschaft ins Training starten zu können. Marcel, wie ist das bei dir? Ja, wie Basi schon sagt, bei mir ist das Glück, dass natürlich meine Frau rausgehen kann und Sachen einkaufen kann. Wobei sie da halt auch Handy gekept ist mit ihrer Hochschwangeren. Ja, sie ist hochschwanger und dadurch geht es auch nicht so einfach. Aber wir haben uns auch schon ein bisschen angewöhnt durch die letzte Quarantäne und diese letzten Pandemie, dass wir immer gut zu essen da haben. Und deswegen macht uns das nicht so viele Probleme. Ja, und sonst brauche ich eigentlich nichts mit versorgen. Wir haben ja alles. Ja, ist halt langweilig wird es einem nicht, sagt man so. Ich habe schon gesehen, ihr trainiert jetzt wieder fleißig über Videokonferenz und habt, glaube ich, auch ein Spinning-Bike bekommen. Wie haltet ihr euch jetzt die Tage fit, in denen ihr das Haus nicht verlassen dürft? Ja, also wie gesagt, wir haben ja von Sebastian dann relativ schnell ein paar Kettlebells bekommen und ein Spinning-Rad. Und haben dann, und Sebastian, Dieter und Hartmut haben wir dann natürlich Pläne reinbekommen, wie wir mit den Sachen, die wir jetzt daheim haben, arbeiten können. Da steht jetzt zum Beispiel immer viel Fahrradintervalle oder einmal am Tag Fahrradintervalle und dann ein Stabil-Programm bzw. ein kleines Krafttraining mit den Kettlebells an. Oder zum Beispiel am Donnerstag, als die Jungs morgens ein Krafttraining hatten, haben wir dann zusammen mit Sebastian ein Zoom-Stabil-Training gemacht gehabt. Und da wird uns dann, glaube ich, aktuell auch allzu langweilig daheim. Also wir haben dann trotz des Eingesperrtseins recht gute Möglichkeiten, uns fit zu halten und einfach zu trainieren. Marcel, du hattest es vorhin schon angesprochen. Für dich ist es ja jetzt tatsächlich schon die zweite Quarantäne, also die letzten zwei Nationalmannschaftslehrgänge sind leider in der Quarantäne geendet. Was sind denn für dich jetzt die Unterschiede zur ersten Quarantäne? Kannst du das beschreiben? Ja, ich glaube, im ersten Mal war es natürlich schon so, was ist jetzt los? Vor allem waren wir halt eine Woche beim Lehrgang und in der Woche ist sehr, sehr viel passiert. Da wurden dann die ersten Spiele abgesagt, die ersten Läden wurden geschlossen und so weiter. Und jetzt hat man sich natürlich schon immer mit diesem Thema beschäftigt, was passiert, wenn man einen Fall hat und so weiter. Also in der Quarantäne ist es jetzt nicht so neu, aber es ist natürlich genauso nervig wie beim ersten Mal. Einfach, man darf nicht raus. Man würde dann gerne auch mal joggen gehen, anstatt aufs Fahrrad zu sitzen. Aber ja, da sind uns halt gerade die Hände gebunden. Aber ich hoffe, das ändert sich bald. Rassi, auch für dich ja keine einfache Situation. Du warst ja jetzt fast ein Jahr lang mit einer Verletzung raus. Wie sehr wirft es einen dann nochmal zurück, auch wenn du jetzt gerade fit bist und man eigentlich diese Spielpraxis braucht und dann nicht trainieren kann, darf? Natürlich ist es jetzt nicht optimal für mich gelaufen. Aber wie gesagt, ich glaube, du hast gerade angesprochen, wenn man einen, der verletzt war, dann kommt es da jetzt auf die eine Woche, glaube ich, auch nicht mehr groß an. Natürlich würde ich gerne in der Halle rumspringen mit den Jungs trainieren, mich handballerisch wieder weiterentwickeln und einfach die Taktik reinbekommen. Aber das ist jetzt aktuell aufgrund der Quarantäne-Situation leider nicht möglich. Aber wie gesagt, wir haben hier gute Pläne, wo wir jetzt, glaube ich, vor allem ausdauertechnisch nochmal einen Schritt nach vorne messen können. Und das versuche ich natürlich auch umzusetzen, dass ich dann, sobald wir wieder raus sind, natürlich da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe und einfach topfit bin. Ihr seid ja Profisportler, also Handballspielen ist euer Beruf. Was ist das für ein Gefühl für einen Profisportler zurzeit, seinen Job nicht so auszuführen, wie es eigentlich sein müsste? Ich habe ja schon vor dem Länderspiel oder vor dem Lehrgang gesagt, dass ich einfach aktuell froh bin, Handballspielen zu dürfen. Weil ich glaube, das geht jedem so, der in der Bundesliga spielt oder keine Ahnung, welche Liga sein Hobby zum Beruf machen oder sein Hobby generell auszuleben, ist natürlich mit das Wichtigste. Ich meine, wir wissen seit, keine Ahnung, wie viele Jahren spielen wir Handball und das fehlt natürlich einem, wenn man da ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate raus ist. Und deswegen ist das natürlich frustrierend und man hat natürlich auch ein bisschen Angst, dass der Sport irgendwann kaputt geht, wenn das alles so weitergeht. Es ist ja auch so, ich meine, wir spielen Handball, aber es ist nicht dieses Gefühl, wie die letzten Jahre vor Zuschauer zu spielen. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Situation, aber damit muss man jetzt irgendwie die nächste Zeit erstmal klarkommen, aber auch natürlich, dass sich das so schnell wie möglich wieder ändert. Genau, Marcel hat es ja gerade schon angesprochen, was sich wie verändert, so eine leere Halle, dein Job, also welchen Einfluss hat sowas auf deine und auch auf die Teamleistung, wenn da keine Fans da sind, die einen nach vorne peitschen? Ich glaube, das ist natürlich schon enorm. Mittlerweile kann man nicht mehr von Heimvorteil sprechen. Ich glaube, wir haben jetzt zum Beispiel noch vor ein paar Wochen in Magdeburg gespielt gehabt, wo knapp über 2000 Zuschauer da waren. Die haben ordentlich Stimmung. Das aber jetzt vergleicht zum Beispiel zum ERF-Pokalfunnel vor, als sie dort gespielt haben oder in den Jahren vorher, als die Halle in Magdeburg völlig ausgekauft war. Da kommt von außen so viel Druck aufs Feld, so eine Stimmung. Das macht natürlich echt brutal viel aus. Und das Gleiche ist auch bei uns in Göppingen. Dadurch, dass unsere Zuschauer nicht mehr da sind, kann man mittlerweile nicht mehr von Heimvorteil sprechen. Deshalb ist gefühlt jedes Spiel klar, man hat noch die eigene Halle. Aber unterm Strich findet es theoretisch auf neutralem Boden statt, wo keiner mehr aufgrund der Fans einen Vorteil hat. Ohne da jetzt zu politisch werden zu wollen, inwiefern ist es vertretbar, dass der Profisport im Moment so eine Sonderrolle hat, also im Vergleich zum Amateursport zum Beispiel? Ja, ich denke, das ist halt, das klingt wieder blöd, aber da geht es halt auch ums Geld. Ich meine, beim Amateursport hängt nicht so viel dran wie beim Profisport. Da gibt es größere Sponsoren, Sky, wo Fernseherrechte hat und so weiter. Und natürlich sind die Etats bei Profisporten größer als bei Amateurhandball. Das klingt blöd und ich finde es auch nicht gut, aber es ist auch schwierig, alles über einen Kamm zu hören. Und ich finde schon, dass es richtig ist, dass wir weiterspielen. Es ist die Frage, ob es sinnvoll ist, diese Amateur-Ligen erstmal abzusagen oder auch gerade Jugend-Bundesliga. Wenn ich mir vorstelle, einfach, ich bin so in meinem letzten Jahr A-Jugend, der letzte Schritt so Richtung Aktiv und man wird da die ganze Zeit so ausgebremst. Es ist natürlich auch die Frage, wie viele Spieler das so mitmachen, die dann sagen, okay, ich höre auf oder so. Es ist natürlich auch immer eine Gefahr für den Sport, sowas zu machen. Und ja, es ist schwierig. Ein Punkt ist ja auf jeden Fall, dass im Profisport im Moment einfach auch getestet wird und man damit zumindest ein bisschen eine Sicherheit hat. Basti, denkst du trotzdem, dass das vertretbar ist, dass man das im Moment weiterlaufen lässt? Das wäre das, was ich jetzt auch gesagt hätte. Marcel hat es ja schon gesagt, dass bei uns Profimannschaften natürlich aufgrund von großen Sponsionen, wie viel Geld dahinter ist. Und glaube ich, auch aus dem Grund können wir uns dann mit Kooperation, zum Beispiel auch hier in Göppingen mit der Klinik, können wir es uns überhaupt nur erlauben, so häufig getestet zu werden. Und im Strich ist es natürlich keine Garantie. Ich habe es schon häufig gesehen, dass es negativ war und einen Tag danach oder zwei Tage später auf einmal positiv und trägt es dann so hoch in die Mannschaft. Natürlich ist es ein Vorteil für uns, so häufig getestet zu werden, aber eine Garantie, dass man am nächsten Tag immer noch negativ ist, die hat man natürlich nicht. Ja, klar. Jetzt sind zwei Spiele schon abgesagt worden. Die muss man irgendwie in Zukunft unterbringen. Inwiefern könnt ihr als Profisportler sowas leisten? Also was ist da eure Meinung? Weil der Spielplan wird jetzt natürlich immer enger, immer gestaubter und klar, für den Körper auch immer belastender. Dafür fallen Trainingseinheiten weg, deswegen. Nein, ich bin generell ein Fan von englischen Wochen, finde ich viel besser als Woche-Woche. Keine Ahnung, klar, ich meine, auf außen ist die Belastung da nicht ganz so groß wie im Rückraum. Aber mein Körper ist fit, ich vertrage das gut und deswegen habe ich jetzt da keine Angst davor, eine höhere Belastung zu fahren. Das muss so sein, klar ist auch blöd, dass wir das Ganze ausfechten müssen, aber das ist unser Job und wir machen das gerne und ja, ich finde es gut. Masi, wie siehst du das auch genau in dem Punkt, wenn du gerade aus einer Verletzung wieder zurückkommst? Jetzt hat man ja schon öfter gehört, dass man Profisportler eben auch nicht mit Maschinen gleichsetzen sollte. Ja, natürlich ist es jetzt nicht optimal, wenn man so viele Spiele verlegen muss, aber ich muss sagen, aufgrund der Sicherheit von jedem Einzelnen ist es deutlich besser, die Spiele zu verlegen, anstatt da jetzt irgendwie ein Risiko abzusehen und dann am Ende vielleicht noch mehr Spiele verlegen zu müssen. Bei uns sind es jetzt mittlerweile schon drei Spiele, die aufgrund von Corona sind es zwei. Wann die gespielt werden, weiß ich nicht. Zum Beispiel habe ich erst gelesen, dass das eine Spiel von Leipzig jetzt sogar schon auf 2021 kam, weil wie du gesagt hast, der Kalender, der wird immer knapper, die Tage werden kürzer, beziehungsweise die Tage werden einfach weniger, weil es dem Saisonende langsam immer näher geht. Und wie Marcel gesagt hat, dann hat man vielleicht ein Dilemma, dass man zwei, drei, vier englische Wochen am Stück hat. Natürlich wird es anstrengend, aber es ist eine lange Vorbereitung, ich glaube, so gut trainiert, wir hatten da von Dieter, Hartmut, Sebastian, hatten wir echt gute Pläne und Top-Unterstützung, dass wir als Mannschaft, bin ich mir sicher, auch solche Wochen durchstellen können, absolut mitspielen können. Dann lass zum Abschluss nochmal einen Blick auf die nahe Zukunft werfen. Wie geht es für euch jetzt weiter? Wie lange seid ihr in Quarantäne? Ist das schon absehbar? Am Anfang hat es geheißen, zwischen 10 und 14. Ich gehe jetzt von den 10 Tagen aus, aber ich glaube, der Test am Dienstag ist dann ausschlaggebend, aber am Montag machen wir nochmal einen Test und vielleicht ist dann auch so, dass wir früher raus können, wenn der negativ ist. Aber wir müssen warten, was das Gesundheitsamt jetzt noch sagt und alles und wir warten natürlich auf die Anweisungen und dann sehen wir weiter. Alles klar, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden und hoffe, dass wir euch beide wieder gegen Norschauen dann auf der Platte sehen. Vielen Dank.